Hey, Clemy, hast du vorhin das Gold aufgehoben? Ja. Hat sich jetzt eigentlich jemand von euch noch einen Eisenhelm, äh, noch einen Mienhelm gemacht, Clemy? Äh, ich mein... Nein. Mach du doch, Dani. Ja, stimmt. So, dann ist wieder das ganze Gold weg. Ja, wir können es natürlich auch sparen. Ja, für was? Keine Ahnung. Diesen Move-Durch-Scheiß kaufen wir auf gar keinen Fall, das bringt nichts. Yay, Bücher! Boah, alter Clemy, hast du was dagegen, wenn du mir das Spiel gibst? Das ist so ätzend, ganze Zeit hin und her zu laufen. Ja. Ich glaub mal schon, dass er was dagegen hat. Ja. Aber er kann ja sterben. Ach so. Hey, das ist keine Ausrede hier. Ja. Du pusht doch deinen Death-Counter jetzt auch nicht. Ja, und? Was, ja, und? Ich muss hier die Höhle untersuchen. Und ich such nach einer Pilzform. Hast du dir jetzt eine Mienhelm, oder was? Das sind drei Pilze, darf ich die ernten? Nö. Nö. Nö, noch nicht. Nicht, so nicht. Nee, nee, lass mal. Weil die müssen hochwachsen wie so Bäume. Kannst du mir mal eben den Spiegel geben? Das ist doch, ich brauchst einen Spiegel. Ah, dann halt nicht. Ja, im Moment hier, jetzt lass mal das mal hier durchgehen. Ich komme mit Highspeed hergerannt. Und gehe durch eure Höhle. Das ist überhaupt gar nichts und du ertrinkst gleich, also pass auf. Ich gehe mal meinen eigenen Weg hier. Das ist, glaube ich, ein Stückchen praktischer. Der fliegt was in der Luft rum an die seine Stelle hier. Was zur Hölle. I need gold. I need, need gold. I need gold. Dann kann ich mir eine Brustrüstung aus Gold machen, hurra. Hiiii, Brust. Hiiii, gib dir gleich. Tüten! Ich habe mein Schwert weggeworfen, ich... Ich bin so dumm. Du bist so intelligent. Du hast endlich Kuh gedrückt. Wow, wow. Wow, pilzverdammter Mist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, das ist süß. Du ertränkst mich hier gleich. Lol, den Schleim hat es eingequetscht. Haha, ah. Und jetzt? Silber. Silber bringt es aber auch nicht mehr viel mittlerweile. Oh fuck, geht das hier tief runter, Alter. Geil. Nicht geil. Tschüss. Na, jetzt geht es hier weiter. Ich habe so einen Dreck vorm Kopf gerade gehört. Du hast immer Dreck vorm Kopf. Gib dir gleich. Du und deine gemeinen Kommentare, Mann. Das ist voll nicht nett. Das kann man ja auch bei solchen Aussagen erwarten. Nö. Doch. Nö. Doch. Nein. Doch. Überzeugt. Du sagst es. Irgendwo muss doch hier noch eine Pilzform sein. Nö. Glaub nicht, dass wir noch eine finden. Leu, meinst du, dass es nur zwei Pilzformen gibt? Zwei? Wir haben nur eine gefunden. Nein, zwei. Wir haben am anderen Tag noch eine andere gefunden. Falls du dich noch dran erinnerst, du. Ey, da ist ein Goldkorn von mir da unten. Oh, cool. Oh, Herz. Herz. Hooray. Damit habe ich nun 260 HP. Sag Bescheid, wenn du 400 hast. Sag, dann will ich alle bekommen. Wieso? Keine Ahnung. Weil du dann keine mehr brauchst. Kann man ab 400 keine mehr dazu kriegen? Nö. Ab 400 ist Max. Okay. Du kannst sie zwar verbrauchen, dann sind sie weg, aber du bekommst kein zusätzliches Life mehr. Wot the fuck, das ist ja voll kacke. Ja. Du hast das Spiel dann ja voll verarschen mit dann. Ja. Ich wollte es nochmal schon mal im Voraus gesagt haben, nicht dass du dann... ...und so. Ja, das wäre echt blöd, wenn ich die verschwenden würde. Aber man kann nicht mehr als 400 haben. Wieso? 400 Life reichen dicke, das sind zwei Reihen. Ist mir egal. Ist mir völlig egal. Ich finde, man müsste mehr haben können, weil... ...weil... ...weil, dass man voll OP sein kann und so. Nein. Okay, überzeugt. Ähm. Gieß gar nichts mehr. Ab ins Mutterschleim-Gebiet. Da irgendwas? Ja, da ist eine Höhle. Okay. Guck mal hier. Nee, hier ist kein... Mutterschleim! Stirb! Mutterschleim! Stirb! Du sagst mir einfach alles nach, oder wie? Ja, ja. Du sagst mir alles gerade nach, oder wie? Du hast mir nicht richtig nachgesagt, du Helm. Ja, ja. Schäm dich. Wow. Das ist eine Menge Edelsteine. Äh, ja. Gibt es hier irgendwo noch weiter? Nö. Alles nur Gestein. Oh, ganz viel Silber. Wenn das jetzt Gold wäre, dann hätten wir genug für uns alle. Das könnte ich mir fast nicht glauben. Oh, Scheiße, Alter. Ja, wenn du wüsstest, wie viel das ist hier. Und ich habe eine neue Höhle gefunden, wo sogar Gaylord uns gleich entgegenkommt. Oh mein Gott. Yay, Gaylord! Yay! Da freue ich euch drüber, ne? Nee, Mann. Klami bestimmt. Äh, nee, nicht so gut. Du hast dich gerade gefreut. Gib's ruhig zu. Es ist okay, Klami. Was ist da unten? Tut mir leid. Toll. Hm. Musst du eben healen gehen, sonst sterb ich. Oh, es tut mir leid. Ja, einer hat uns einen Pilz abgeholzt. Ja, doch. Na, die Gürtel. Der Noob, der hat ja keine Geduld. Na? Ich habe keinen Pilz abgeholzt. Ich habe nur ein Loch in den Boden gemacht, damit ich da durchkomme. Genau. Ausgerechnet in der Pilzform. Ja. Genau da, drinnen. Oh, cool. Hier sind noch mehr Diamanten. Diamanten. Kann man aus Dämonit eigentlich auch eine Spitzhacke machen? Ja. Das konnte ich aber nicht. Brauchst du aber total viel für. Ah, okay, dann. Okay, ich habe schon wieder eine neue Hülle gefunden. Hä, irgendwie leckt das voll. Ja. Ich leck gar nichts. Oh, ganz viel Eisen. Eisen brauchen wir schon gar nicht mehr. Luft holen. Wieso finden wir kein Gold? Wieso muss man so selten sein? Vielleicht weil wir noch ein bisschen zu hoch sind. Ja, das könnte sein. Das ist ja nicht so. Wir sind da. 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 Hey, da gibt es noch weiter runter. Oh mein Gott, nein. Ja, dann geht noch voraus. Nein, 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 nein. Ja, dust, danke. Danke. Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ach, ich sehe nichts. Ja, toll. Pass auf, Mann, ich bin... Eiskalt musste ich mich verpissen, ich bin gestorben. Das ist grüne Stein, die habe ich noch nie gesehen. Emmeralde. Ja, sei froh, dass ich einen Boomerang habe. Jeeey, ich glaube, wir haben 5 Pilze jetzt, die bei uns wachsen. Geil. Irgendwann werden wir einen ganzen Baum haben. Das ist ja voll Baum. Ja, das ist echt schön. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Baum. Ja. Hm. Autsch. Was geht's hier sonst noch so schönes in der Höhle? Okay. Oh, das Lime stirbt. Boah, also das ist ja wirklich eine richtig gigantische Höhle. Cool, man kann sich mit Grappling Hook nicht sparen. Sehr geil. Man braucht ja normalerweise drei Blöcke hoch, um hier vorbeizukommen, ne? Grappling Hook braucht man nur zwei, wenn man sich so an der Decke entlang hangelt. Was zur Hölle. Das ist doch mal ne Höhle, ey. Puh. Das war knapp. Oh, hier unten ist noch eine. Geil, ich komme. Ja, und nachher verpisse ich wieder mit deinem Spiegel. Okay. Klar, mal, wenn ich will nicht leben, hab ich verpisse ich mich noch. Leute, wieso leuchtet das da rum? Wo? Nein, das Wasser, ja. Wasser, das im Dunkeln leuchtet? Na ja. Ich glaub, wir sind in Japan angekommen. Das war gemein der Filz. Finde ich nicht. Okay, gut. Das. Oh, oh, ich glaube, ich hab' ein bisschen Wasser untergekippt. Oh. Na, okay, so viel war das auch nicht. Nur, dass die ganzen Fackeln weg sind. Okay, gut, das. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Claimy was slayn. Über Honor. Spiegel Fallschaden Merk das, wenn du runterfällst, zumindest den Spiegel, bevor du den Fallschaden kriegst Bis er den auswählt, ey Das ist schon fünfmal runtergefreien Klemir ist halt nicht so der Schnellste, ne? Jaja, ist mir auch gerade aufgefallen Ich hab Gold gefunden Ganze zwei Blöcke Ich hab hier so ne richtige Ader mal wieder Mal wieder, du bist Ich bin's Ne, ich bin's, da Ali Da Ali Ey, jetzt mach keine Witze Witze sind verboten hier Und das darf nur du, ne? Sooo Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich hin bin Okay, ich hab Gold gefunden Wo? Da